herzlich willkommen zurück zu minecraft feed the beast wir waren hier immer noch in der höhle haben uns verschanzt und wollten ich glaube die obsidian blöcke haben wir schon geholt wo sind die kisten genau dann würde ich sagen hoch kurz die ohrbusch büsche einmal aber ich kann hier die ganzen rohstoffen nicht einfach so liegen lassen zum beispiel schwer einmal vorbeizulaufen zwar ist man schafft uns meistens die büsche hier wollte ich noch mitnehmen wenn ich hier dort mal ein block reinsetze vorher renne ich noch mal schnell hier rein hier ist nicht viel, das können wir auch später holen aber kupferbüsche, das ist gut kupferbüsche nehmen wir mit die lassen wir liegen, hier mal die kisten so wir lassen erstmal hier diese kaputten bogen und nehmen mit das, das, nein das nehmen wir mit das, das, das es geht eigentlich alles aber es geht nicht so jetzt mal den ausgang wieder finden genau von da sind wir da sind wir da sind wir von hier gekommen ne aber eben gerade was ist hier ach wie ich das immer liebe ach ey ich hasse das immer ach ey das heißt wir müssen jetzt hier irgendwo rum irgendwie nach rechts oder minimap hier sind wir schon wieder hier sind wir schon wieder hier in die richtung wo ist man da hier waren wir alter sind wir auch von oben gekommen? auch nicht nein nein ihr habt es mich verlau uah dreckige schiff du dreckige schiff du ja ich hab mich verlaufen hier waren wir auch nicht und es ist auch nicht gekommen und auch nicht nicht sondern einfach nicht nicht es ist nur wie ist ich scheiße auf die ohrbeil ist oh es ist so hier waren wir noch nicht aber hier bin ich noch gar nicht hin ich will doch nur nach hause aber brüche brüche noch mehr gucken wir natürlich auch mit Aluminium haben wir zwar schon einiger nehmen wir trotzdem mit Gold ist natürlich auch da jetzt brauchen wir wieder Platz du kommst erstmal raus und wir kriegen dein Gold raus so das muss liegen bei mir alles hier sind wir nicht hergekommen da auch nicht wir müssen irgendwo hoch wir sind irgendwo oben mal ein ganz ganz kurzer Cut so da sind wir wieder und immer noch in der Höhle ich will nach hause ich bin jetzt kurz davor mich einfach quer nach oben zu graben das gibt es doch nicht sag mal wir müssen woher gekommen sein so so Das war hier... Das kann nicht wahr sein. Ich bin genauso orientiert wie ein Stück Pizza. Der Unterschied des Pizzas schmecken gut. Ich wahrscheinlich eher weniger. Mist. Da war ich gerade. Hier waren wir aber auch schon. Jetzt war ich jetzt mit dem Schwert gleich im Arsch. Woa. Ich weiß nicht wie oft wir jetzt hier schon gewesen sind. Ich weiß nicht wie ich noch rüber. Gebuddelt. Ich wollte schon was sagen. Da ist es doch. Meine Güte. Wie dumm kann man nur sagen. So ein Dreck ey. So. Mach einmal auf. Noch mal kurz Licht an. So. Mach hier hoch. Mach das mal wenig. Ich neuer mal den. 6. Und 6 macht 12. 13. Und 4 macht 17. Und 4 macht 17. 15. 15. 15. 15. 15. copper gerät in gold 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 wunderbar immer ja mal auf oder auch nicht da kommt doch auf jeden fall noch ein harvester hin dann wachst mal schön weiter und wir gehen hoch das haus das haus das haus scheint der müll zu sein jetzt kommen wir hier mit drin das passt noch nicht mehr rein das geht noch das war die sechne da kommt jetzt du warst hier fertig du bist gleich leer kriegst du noch mal hier den restlichen stack holzkode äh kurz in den normale kode rein wie sieht das hier aus silber silber mit eisen ferrers dann nehmen wir mal hier jetzt habe ich kein dirt dabei dann hat hier ein dirt dann noch ein dirt 1,4 sehr gut und jetzt ahne ich was bitte nicht kein flint mehr da ist da ist er und ein eisen einmal feuer Tür zu das gerät da rein zwei da noch vom rot abgebissen das haben wir noch das haben wir noch das haben wir noch das haben wir noch das 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 haben wir noch das ist doch vier und dann gucken wir mal ob wir hier ein bisschen groß rum finden aber das seht ihr in der nächsten folge ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder dabei seid dann 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 Und da geht's, tschau!